im stream ich hoffe euch geht es gut leute weiter im karton so auf vernünftig digga naja gut wir können ja mal ein bisschen metall farben gehen wie war das 1 deck ist weg überhaupt ich würd mal sagen wir machen jetzt erstmal das holz dann platt spielen wir mal eine mission im steinwald oh 25 übungs nehmen wir mit ne die daten sehen gut aus ich brauch fahrzeuge obwohl dann hab ich jetzt erstmal wieder ein bisschen ne ich werde auf jeden fall heute nochmal dann wieder eine expedition loschen weil wenn es jedes mal 200 fahrzeugeben gibt ey dann brauche ich ja gar nichts gar keinen stress ey das ist ja richtig geil weil selbst hier in so einer mission das kann man gar nicht alles farben ey auf jeden fall können wir das holz jetzt wieder aus dem lager holen damit das lager wieder frei ist oh wow haben wir noch genug ne ey oh was sind denn hier am wappen tauschen wundervoll wundervoll aber immerhin noch aber immerhin noch hingtropfen jetzt geht es nicht um 7 oder 8 jo ok alles klar aber ja stimmt es war ja auch keine schiefer gut zu viel dazu dann wir gucken nochmal da gibt es hellen in peal hingtropfen machen wir auch nicht wirklich zu farben letzten länder oh ich hab's noch ne wachs mission wiesiness witz 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 Ja, fast voll. Was ist drin? Was ist drin, was ist drin, was ist drin, was ist drin? Nur noch 30 Sekunden! Gott, das wird ein Trauma, wenn ich wieder Call of Duty schenke. Schlecht, wie ich gar nicht sieben und so geworden bin. Wahnsinn! Fast geschafft noch! Und jetzt nen Rest. Mensch, da haben wir heute 50 Vibachs plus die Tagesmessung. 100 Vibachs. Okay. Hallo, ist da der Fan? Nein, ich hab Standbild! Hilfe! Es ist mal wieder so weit. Ich denke, ich hab Standbild, Hilfe! Was für ein Standbild? Ja, ich hab so nen Schraube-Teil da gemacht. Und jetzt will ich mir meine Belohnung abholen. Aber das geht nicht, weil ich keine X-Toten kann. Und wenn ich X-Toten komme, ich auf den Global-Train. Hilfe! Ich glaub, ich muss ein Game neu starten. Äh, ich geh dann sonst auf Privat in Steinwald. Weil ich glaub, das werd ich grad noch so schaffen. Nee, halt wenn du Steinwald alleine schaffst. Komm! Ich weiß nicht, es ist zu hart, ne? Oh, ich muss mal Game neu starten. Komm, bis gleich. Kein Ding. Ein Überleben noch. Ich kann fast noch im zweiten Verteidiger auf der anderen Seite auffauen, ne? Wir nehmen Schraube an den Schraube. Was? Da? Ich fahr mal nicht rum die ganze Zeit. Krass. Ich muss meine, glaub ich, noch meine Verteidiger auch noch machen. Da ist es eben so. Ah nee. Ja. Und Salama. Wo ist er? Der Süße. Pftat ist ja wieder Salama. Schafft er? Ist in Ordnung? hochdurchschriften ach das ist ja hallo zu schießen nicht so viel money wenn es nicht nur tut frau verteidigen ich will doch was tun noch ja ich verstehe jetzt nicht warum ich boden geführe ok unnötig sowieso wenn die Hexen ausgeführt machen jetzt wird es im Eier, weil da kann ich echt Spaß machen aber ne das wird zu schade oh das sieht nicht so gut aus ich kann mit meiner Verteidigung wo ist die Hexen? macht die Camping Urlaub oder? wo ist die hier hin die Olle? ja ist auf privat sorry tu das habe ich nicht gesehen das sogar ja schön ich habe gar nicht so viel Fahsen gefahren weil ich schicke einfach wieder anbieten eine Expedition aus die Hellen Empfehl sind echt süß hallo hallo alles klar ja ist immer soweit o 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 ja ich finde es cringe hier geil ne hier hat der Deadpool vor dem geschirm aber dunkel Äh, ne, danke. Obwohl die eigentlich echt easy ist, ne? Und du das als was brauchst? Ne, ähm. Ja, mir egal, wir können auch die Hörer spielen, ist mir wurscht. Wie ist denn das, einfach das, was ich hier gerade sehe? Wie ist denn diese Situation gerade entstanden? Ja, ich muss eher auf Raum gehen, ich hab nicht mehr was zu fühlen. Ich hab halt da ein paar Waffen jemandem dazu gegeben, weil er nichts hatte zu fühlen. Okay. Was forrschen überhaupt? Alter, jetzt steht der Zermalma auf dem Schutzbanger. Das ist auch mal interessant. Ich treffe nicht. Ich bin schon ein Kampf gebaut, ja, ich kann auch nicht schaffen. Ich schicke, das ist komisch. Oh, jetzt kommt sie zu viele. Jeder, jeder hat so eine Dingskanze dran und, also, sie sieht nur aus dem Einer und. Okay. Das Ding ist, das Einzige, wie wir es noch schaffen können, ist vielleicht mit einer Mauer. Die aufzuhalten. Frauen wie verrückt. Die zwei müssten aber auch die andere Seite verteidigen. Oh, scheiße. Ich mach mal vertreten aus. Oh nein, das ist so schlecht. Das tut mir so viel. Also, Sahiten, da bin ich gerade dabei, das sind Vertatiken. Sahitenunterrichtungen, die sind. Ah, ich bin tot. Ah, ich auch. Ich kann mich auch nicht mehr wieder übernehmen. Ne, ich auch nicht. Vergiss es nicht, eh. Ich aber, glaube ich, oder? Kann ich? Ja, ja. Lagen sie bitte liegen? Eine Sekunde. Oh nein, ich bin durch. Doch, eine Sekunde. Ich bin doch überhaupt da hinzufahren. Nein, das ist... Hier ist echt zu viel los. Also ich seh da nicht groß Hoffnung. So, verloren. War klar, aber... Moin Justin! Ich versteh überhaupt nix, was du auf Kirill schreibst. Oh, ich wollte da eins. Wir hatten so laut Musik gerade angehabt. Weiß nicht. Toll, ey. Nur weil du ist ja Kaktus. Eins wegen hier. Ja, die können wir ja, aber die ist genauso kacke. Auch nicht. Ich bin die 70er. Wir geben doch schnell, dass ihr mit mir geht sehr kaputt bei den Jupplitz. Was wollt ihr denn? Ihr seid heute aber auch nicht zufriedenzustellend. Nein, ich werde euch mal ein voll kleiner Sachen, als dass wir halt nicht so viel mit mir drüber bauen. Das ist mir doch Lachs. Was? Das ist ein Verteidiger? Ich denke ja. Mein Verteidiger auf Nahkampf, ne? Da ist er. Ich hab hier die Fallen gesetzt und meine Verteidigung. Wer, wer hat der hier eigentlich einen Totengräber in der Hand genommen? Was? Ich weiß nicht, ob das ist ein weißer M4 mit Feuer-Element. Mit blauem. Guck mal. Die hier hat eine M4 in der Hand. Mit Feuer-Element. Und die hat ja einen Totengräber in der Hand, oder? Ne, meine hat, meine hat glaube ich, äh, was hat sie denn überhaupt in der Hand? Ne 82er-Waffe jetzt nichts Dramatisches. Ne, guck mal, die hat eine weiße, äh, keine Ahnung wie die Farbe. Ja, der Totengräber wollte irgendeine M4 in der Hand mit Feuer. Also... Wie, jemand hat dir eine grüne oder blaue Waffe in die Hand getrunken? Ja, das ist ein Totengräber, der weiß ist. Oh, aber da kommt Gräber. Das weiß ich nicht. Oh ja, ich muss dann doch mal was tun, ne, würde ich sagen. Warte, das ist ein Tod. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wieso hast du Update mit Goldmaus? Äh, System-Update oder was? Wieso Benni? Der Rollator, du meinst eher, du meinst eher, dann hier, dann hier, fragt Harry oder sowas. Oder Harry oder sowas. Bei den... Was? Harry? Ja. Ne, ich fragt, glaube ich, heute. Hat das nur keine Ahnung. Was? Hahahaha Hahahaha Du hast doch keine Ahnung. Hahahaha Hahahaha Die labert ein Bullshit heute, das ist unfassbar. Danke. Ich habe so Leute, die im Chat schreiben, du bist die Jüngste, bla bla bla. Du bist die Schönste, du bist die Jüngste und alle wollen sie dich eigentlich im Endeffekt nur bomben. Das ist am schlimmsten. Sorry, ich muss die Wahrheit leider aussprechen, aber es ist ja Tatsache so. Aber am schlimmsten finde ich das, also ich meine, okay, Finn, du bist etwas jung, ne. Aber, man muss es ja mal so sagen, dass ich am schlimmsten finde, wenn mich irgendein 16-Jähriger auf Instagram anfragt, von wegen, ich stehe auf ältere Frauen und warum uns nicht mal treffen. Ich meine, denk, ey. Gerni, ist klar, ey. Läuft bei dir, oder was? Keinen Bock mehr auf die doofe Ziege. Die labert mir zu viel Unsinn. Ich brauche Hilfe! Großer Violetta im Anmarsch! Noch nicht mal volljährig. Ich stehe mir grad sowas vor, ne. Oh. Nö, also das ist dann schon ein bisschen so, aber das ist schon fast, äh, pädophil. Schreib dich so jemand an, die erste Nachricht, die du kommst beim Ding. Ich brauche Hilfe! Ja, ist auch schon passiert. Das ist nix, nix ungewöhnliches. Dein armer Hund. Mich schockiert da nix an. Was? Weißt du mit deinem Hund? Ja, stell mal vor, wenn der sich die Nachrichten durchleben könnte. Du willst gar nicht wissen, was mein Hund schon alles gesehen hat, was ich, ich noch nicht mal sehen wollte. Ne, kein Kommentar dazu. Ich möchte das bitte schnell vergessen, danke. Genau. Ach du wieder! Jetzt schnall ich das erst. Ich meine das eigentlich nicht in the bad way, man. 45.000, ey, für so ne Auffrisse. Obwohl ich finde, dass die Bodenfallen gar nicht so viel gebracht haben, muss ich ehrlich sagen. Ah, jetzt sagt ihr gar nix mehr, oder was? Schön. Ich hör mir grad dein Rolex-Lied an. Mein Rolex-Lied? Ja, deins. Ich stell mir grad vor, wie du da hinten spät denkst, wo im Rollator sitzt und so ne Rolex trägst. 90. Wie, warte, ich suche jetzt grad die Texte, sag ich dir. Er ist gescheuert. Benni? Ja, Benni hat geschrieben, bock auf, ich steh auf Eltern, bock zu treffen. Ja, aber Benni ist nicht der Jüngste. Ja, aber Benni ist nicht der Jüngste. Die hätte gerne gewissen, wie es ausgeht. Ja, irgendwie schon, aber auf jeden Fall super, Gretra. Was für... Hallo, nicht einschlafen! Sag, so geht das nicht hier. Was spielen wir jetzt? Ich schreib mir das nachher mal später per Message. Ich schreib dir sowieso noch mal ne Message hin. Okay. Nicht wegen Knickknack, mach dir keine Hoffnung. So, was spielen wir jetzt? Na, ob ne Kussi du brauchst. Ganz alt. Den Witz hat keiner verstanden. Okay, ganz klar. Er ist vorbei gegangen. Weißt du, meine Witze kommen auch nicht an, weil mir immer keiner zuhört. Dankeschön. Fick die Hände. Du hast mir aber gesagt. Wieso? Nein, doch. Ah ja. Ja, keine Ahnung. Wollen wir jetzt noch Maldi oder was? Wir können auch die Quest spielen, ne? Also ich brauch immer noch 3 Cut. Ja, mir eigentlich auch. Ich... 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 Mir eigentlich auch kooperativ. Alter, du verschwendest aber auch deine Raketenwerfer eigentlich für nichts. Nein, ich hab doch von der Ausfahrt sehen so viele verbaut. Ah ja. Ich bin bei Taten wahrscheinlich. Ja, dann brauchst... verbrauchst du doch ein Sturmschild oder was? Hier ist es doch völlig unnötig. Ich glaube schon besser. Ah ja, ok. Nee, Sturmschild brauch ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich Sturmschild starte, muss es einfach nur stehen bleiben. Hätte ja sein können, dass du einfach ein bisschen ballern willst, weil du Bock hast. Ja, ich hab über die ganzen Sports, wo die... Oh, Quatsch. Rücken. Ähm. Was? Ich hab's ja... Ähm. Ich hab überhaupt nichts verstanden. Ja, ich hab' gut genug. Bei dir will ich auch glaube ich auch immer nix verstehen. Ne, willst du auch nicht. Hey, du schickst mir einen Förderhaus und kommst nicht. Boah. Schon wieder eins mit der 6 Meter Werbung. Das ist keine Werbung. Das ist ein Video. Hast du es jetzt anguckt oder nicht? Nö. Ach. Guck dir das doch mal an. Oh, so was trinkst du so? Boah, ich hab mir die Woche nochmal ne Pulle Sambuca geholt, ey. Boah. Oh. Boah, du schickst dir nicht verstanden. Hallo, ich hab sie doch gerade gar nicht geknoblt, ich weiß gar nicht was du will. Ja, ich habe heute mal zwei Überlebenden gezogen, Legendäre. Die sogar passen. Das ist mal Wahnsinn. So, was spielen wir jetzt? Letzte Mission? For me? Ich finde, die ist nicht ganz so stark. Ja, wollen wir die jetzt spielen oder nicht? Was labert die hier schon wieder? Ich bin Jürgen, ja, ich bin... Mach doch einfach, wer labert hier. Du streamst hier. Ja, aber ihr sabbelt zu viel. Wir müssen einfach ja oder nein. Eine andere Möglichkeit fällt total nicht an. Naja, dadurch ist der Kongressörmacht und lächelnd. Ja, mein Bär. Witzig, hm? Witzig. Lass mich mal den Mut aufheben. Jetzt kann ich mal den Zack auf dem Boden aufheben. Ja, hoffentlich kriminell den Mut bei dem Game, eh. Also wenn ich mich noch mehr weiter bewege, wird's mir nicht schlecht davon. Wird mal nicht so mimosig hier. Weiß gerade nicht, aber halt noch mal kümmern uns ab, wenn es so oft sich das Tränen tut, oder als teleportierenden Zeug da. Vielleicht was Blaues. Glatte. Glatte. Ich auch. Ich dachte nicht mal dahin zu kommen. Doch jetzt. Ne, ich muss ja... oder Fläckchen bleiben. Ah, ist ja gleich vorbei. Die Fallenringeln da... fast. Die schlimmste Runde überhaupt. Ne. Oh. Ich will auf jeden Fall zum Schluss mit auf dem Bild sein. Boah, den Loot aufheben ist immer wirklich schwer. Überall dreimal heimrennen. Einmal die Blut aufzusammeln. Obwohl das nicht dieser typischer Bug wäre, weil der Bug normalerweise passiert ja jetzt im Bildschirm. Ja. Ja. Aber da würd ich deswegen nicht extra so lange wach bleiben. Indem . wiederkommt. Irgend so ein Scheiß. So blöde. Also wollte ich ja mein Bild und fertig. Das sind ja nur noch drei Stunden und sie sagt ja... Zu wenig Haut, glaube ich. Glaub mir, an dem Bild ist genug Haut und ihr bekommt auch niemals zu sehen, außer in seinen Träumen. Ansage. Ja, ich danke auch schon mal an alle anderen, die zugeschaut haben. Danke für die Follow-up. Und gute Nachtlern alle Zuschauer. Yay, super! Jede Woche ein neues Video von Jessica. Äh... Ja, nein, so klinge ich nicht. Also... Aber trotzdem könnt ihr rein abonnieren. Und die Glocke aktivieren!